So, willkommen bei Dragon Age Inquisition. Meine EX6-Sechs-Stunden-Ausprobierzeit beginnt jetzt und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Oh mein Gott, es hat Bumm gemacht. Mensch, elf, Zwerg oder Quinaria, Alter. Was ist denn Quinaria, Alter? Ich will einen Zwerg haben, Alter. Einen Zwerg auf jeden Fall. Krieger. Einen Schuck ist geil, Alter. Nur nochmal, reicht. So, genau. Das passt. Sehr schön. Spiel ist tätig. Standard-Weltage starten. Dragon Age Inquisition. Elfen, Worm und Embryon wachsen auf offenbaren Feld. Aha. Okay. Seh. 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 oder? So, Kopf 1 anpassen. Oh, der sieht ja schon geil aus. Allgemein. Oh, der sieht ja geil aus. Oh, der sieht ja geil aus. Oh, der sieht ja geil aus. Der sieht ja geil aus. Oh, der sieht ja geil aus. Er hat ganz viele Striche gekriegt. Oh, der sieht ja geil aus. 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 Und da noch was. Oh, der sieht ja geil aus. 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 Und es tötet euch. Es ist vielleicht der Schlüssel, um das hier aufzuhalten. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich verstehe. Das heißt? Ich werde tun, was auch immer nötig ist. Koste es, was es wolle. Und das ist geil aus. Krieg ich aus Indien. Für 33 Euro. Mit allem drum und dran. Drum und dran. Komplett alles. Dank ihr Exist. 10% billiger. Wir schlagen um uns wie der Himmel. Doch wir müssen an mehr denken als nur an uns selbst. So wie sie es getan hat. Die Bresche muss geschlossen werden. Die Bresche muss an etwas kleinerem als der Bresche getestet werden. Wohin bringt ihr mich? Ob schon mich die Finsternis umhüllt, werde ich das nicht immer. Ich werde nicht. Öffnet das Tor. Wir gehen ins Tal. Boah, das wäre verdammt flüssig, muss ich sagen. Ja, Dragon Age Inquisition. Yep. Ja. 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 Alter, voll geschockt hab ich ihn. Hammer weggenatzt. Zack, hat er gekriegt, ey. Volle Kanne. Volle Kanne hat er gekriegt, Lobbymann. Ich bin jetzt auch gleich schön auf, noch für YouTube. Ich hab auch gerade schon meine Brötchen gegessen. Aber das sieht gut aus. Das Gute ist, wie gesagt, ich glaub, bisher sieht's schon mal gut aus. Läuft schon mal gut und wenn's mir gefällt, sechs Stunden, dann werd ich's direkt kaufen. Weil ich kann dann hier nämlich weiterspielen, wo ich aufgehört habe. Alter, warte, jetzt macht's ganz bum bum. Warte, wenn ich mein Ton und den Fernseher ausmache und höre. Wenn ich das im Fernsehen nicht auch noch. Äh, was meinst du? Naja, nein, nein, nein. Ich hab halt sechs Stunden Zeit, das zu testen. Bei sechs Stunden kann ich erstmal nicht weiterspielen. Dann muss ich bis zum 20. warten. So, aber ich kann genau dann da anfangen, wo ich aufgehört habe jetzt. Also ich lade jetzt schon das komplette Spiel runter, im Endeffekt. Wenn ich jetzt sage, ich kauf's, dann hab ich's vorbestellt. Und ich krieg's aus Indien ja halt für, keine Ahnung, für 33 Euro oder sowas. Komplett, Alter, wie, was? Er hat die, um anzugreifen. Weil Indien ist für 33 anbietet, komplett. Ja, das ging ja 33. Vorher original, äh, 40 oder so. Und in 10% nochmal, zack, runter. Oder, ja. 33 kostet's. Nö, aber in Indien ist es einfach billig. 10% halt. 10% und 5 Tage, äh, 5 Tage eher anfangen zu zocken hier erstmal. Zum Testen. Schmatz mal nicht so, bitte. Ihr habt recht. Ich kann euch nicht beschützen. Und ich kann auch nicht von euch erwarten, dass ihr euch nicht selbst schützt. Wie wieder schmatzt, Alter, Junge. Merkt man doch schon, wie ich den Mund vorhast, Alter. Den ganzen Tag ist so ein Penis im Mund, du wirst dran saugen. Aber es sieht, um Drücke und Weder und Gegenstände, mein Gott, okay. Jetzt. Okay, und jetzt? Ich müde dich einfach, wenn es mir zu viel wird. Ganz einfach. Juckt mich nicht.